Intro Herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem kanal wo es um hobby programmierung von spiel im mobilen endbereich geht mein name ist florian So und ich würde sagen wir starten jetzt sofort mit den einspieler was sich seit der letzten woche beziehungsweise was in der letzten woche noch stand war So wir starten jetzt die simulation wir sind jetzt noch in dem programmier stand von letzter woche gewesen Nur damit ihr bescheid wisst und wir hatten ja gesagt wir wollen hier im kaufmenü uns ein bisschen an das verkaufs menü anpassen Dass wir hier nicht so was haben wie das dass wir hier so viel alkohol Auswählen können obwohl wir gar nicht so viel geld haben das war der stand von letzter woche ich kaufe jetzt trotzdem mal ein bisschen was um euch das nächste zu zeigen Nämlich haben wir ach so selbstverständlich hier kommen wir auch ins minus das sollte natürlich auch nicht so sein Auch das habe ich geändert könnt ihr gleich sehen Und jetzt gucken wir noch das das habe ich natürlich auch noch gemacht nämlich beim verkaufen Haben wir das problem wenn wir was verkaufen dass danach alle verkaufspreise auf null gehen das habe ich selbstverständlich auch gefixt wie ich schon Gesagt habe und ich wäre jetzt mal so frei Um noch mal hier ins detail zu springen damit wir sehen können woran es liegt also zum einen das ist das mit dem verkaufen warum das auf null geht nämlich habe ich hier Den befehl drin dass ich einfach alle auf null setzte sobald ich hier auf bestätigen klicke jetzt kann man sich natürlich fragen wieso machst du das denn bist du ein bisschen dumm oder so Es hat folgenden grund gehabt nämlich wenn ich verkauft habe Dann sollte ja nach abhängigkeit der bürger der verkaufspreis Weil die bürger ja ist nicht mehr so dringend brauchen sinken je nachdem wie viel sie haben Und weil das nicht passiert bis wir zurück im hauptmenü waren habe ich nach dem verkaufen alle auf null gestellt so das habe ich natürlich Geändert da habe ich mir eine sehr schnelle lösung Einfallen lassen wie man das ganz schnell ändern konnte Dann kommen wir zum nächsten und das habe ich natürlich Das ist relativ knifflig gewesen habe ich aber auch gelöst bekommen Nämlich bei dem plus wenn wir im kauf Menü sind wenn wir auf plus drücken dann zählen wir einfach in diesem fall beim alkohol Einfach den bestellen neu wert um 1 hoch jetzt mussten wir natürlich eine lösung finden wie wir den Genau so weit hoch zielen dass er Kleiner die gesamt summe kleiner ist als die geld summe Da gab es noch ein kleines problem das habe ich gelöst Da könnt ihr euch auf jeden fall nachher im detail drauf freuen Das habe ich nämlich relativ smart meiner meinung nach gelöst Hier habe ich noch das minus ich habe es wohl noch gezeigt wir konnten ins minus gehen das darf natürlich gar nicht passieren in dem fall habe ich einfach nur Dass wenn man auf das minus drückt hier in dem fall auch wieder beim alkohol dass er einfach hier einen Wegnimmt mit den minus minus da haben wir natürlich auch eine begrenzung drin und das seht ihr jetzt gleich wenn es losgeht So das hätten wir jetzt gesehen damit starten wir hier die simulation um euch zu zeigen was sich geändert hat Dann gehen wir als erstes ins hauptgebäude und gehen in die alkohol bestellung oder beziehungsweise können wir auch mal eine andere bestellung nehmen gehen wir mal Im kakao und wir können sehen wenn wir auf minus drücken passiert nichts das habe ich schon mal begrenzt bekommen das ist ein ganz einfacher code Den wir gleich sehen können und wenn wir auf plus drücken dann können wir bis 968 gehen weil wir sehen es ja hier wir haben 1000 Dukaten und das heißt dass wir natürlich nicht drüber gehen können und für mehr geld kaufen können Ähm das war ein verdammt kniffliger code da könnt ihr euch gleich drauf freuen wir kaufen das jetzt mal Ähm Den habe ich doch meiner meinung nach relativ clever gelöst Da freue ich mich auch schon drauf das euch gleich zu zeigen jetzt gehen wir mal ins verkaufen und wir sehen ach kakao haben wir gekauft da ist es Wenn wir jetzt den kakao verkaufen hier können wir natürlich auch nur Uff jetzt habe ich es weggeklickt wie habe ich das denn gemacht Wir können wir natürlich auch nur die maximal sieben stück verkaufen ich verkaufe jetzt mal Fünf damit wir noch was haben und das sehen können und wir sehen alles klar Der verkaufspreis ist auf 105 runtergegangen und nicht überall auf null schon mal und wir können jetzt theoretisch 405 pro kakao anteil verkaufen Äh das wäre es schon gewesen Ich würde sagen wir gehen nein ich würde sagen wir sagen jetzt schon mal was wir für die nächste woche vor haben bevor wir ins detail gehen Weil wir das hier doch deutlich besser sehen können Ähm ne für übernächste woche nicht für nächste woche Hm nicht vergessen Also für übernächste woche haben wir folgendes vor zum einen wir sehen ja hier die ganzen rohstoff Äh symbole Und die rohstoff symbole sind natürlich copyright technisch nicht okay weil die sind von anno 1602 Geklaut Kann man nicht anders sagen habe ich einfach rausgezogen weil ich was haben wollte und nicht zeit hatte und lust Alle rohstoffe anders zu zeichnen und da auch ein bisschen das talent für fehlt Allerdings ich hoffe dass wir es schon bis dahin hinkriegen Ähm die werden sich in nächster zeit ändern Weil ein wirklich guter freund von mir der übrigens gelernter logo designer ist Äh jetzt studiert der Projektmanagement mit design Schwerpunkt irgendwie sowas Ähm der hat mir gesagt ja ich kann mal mich da hinsetzen und dir ein paar neue logos für die rohstoffe machen Da habe ich gesagt liebend gerne freut mich nehme ich gerne an und dann baue ich die ein und vielleicht hat er es ja schon in zwei wochen fertig So dann kommen wir noch zu einem anderen punkt nämlich hat der gute coding with maga wieder geschrieben Nämlich hat er gesagt dass es doch ganz interessant wäre wenn wir unsere rohstoffe auch verschicken können an andere Ja ich sag mal äh siedlungen oder städte länder glaube so hat das geschrieben Ähm Hierfür habe ich vor tatsächlich noch ein gebäude zu zeichnen Ja das ist ein bisschen her dass wir das gemacht haben ich habe auch schon eine idee wie es aussehen soll Allerdings viel mehr als zeichnen ich glaube wir werden noch ein button machen dass wir da in den raum reinkommen Aber so viel mehr wird da nicht passieren weil das doch noch eine menge ist äh und ähm ja ich hoffe das funktioniert Wir werden es sehen es wird wahrscheinlich hier oben links in der ecke sein weil wir hier noch so ein bisschen platz haben Oder hier unten rechts aber ich glaube ich das gebäude was ich mir vorstelle zu zeichnen wäre hier an der ecke schöner Ja wir sehen wir verlieren langsam äh die Zufriedenheit in unserem Dorf da dürften wir auch gleich sehen wie die Einwohner langsam weniger werden Naja so lange haben wir jetzt keine Zeit wir gehen nämlich ins Detail Im Detail So und dann sind wir im Detail und wir können mal gucken was wir wie gelöst haben Dann gehen wir als erstes in den Verkaufs äh äh Dingens rein Beim Verkaufen hatten wir das Problem gehabt wir sehen es noch wenn wir uns zurückspulen oder wir erinnern uns dass wir hier stehen hatten dass wir alle auf 0 setzen Ähm das habe ich aus folgende habe ich das gesagt warum ich das ich habe das gesagt warum ich das gemacht habe so und die Lösung ist ganz einfach Nämlich habe ich einfach diesen Code den wir hier sehen Diese Switch Case Funktion für die Rohstoffe Die habe ich hier einfach reingeschrieben dass er die immer quasi auch hier aktualisiert Und die habe ich einfach wir sehen es hier aus dem Timer Objekt rausgezogen Denn hier haben wir das schon drin gemacht und da war es einfach für mich ein einfaches ich habe es vorhin schon gesagt das ging recht schnell Ich habe einfach den Code kopiert Ne STRG und C Habe den den Block der hier stand mit den 0 einfach Äh äh auch markiert und habe dann hier STRG gedrückt und schon hatten wir den Code hier drin und ja mehr musste ich gar nicht tun und wir sehen es funktioniert Kommen wir zum nächsten und auch das war sehr einfach Nämlich das ist der Minus Button dass wir wenn wir Rohstoffe kaufen wollen dass wir nicht in die Minus Bereiche reinkommen Und dann konnten wir einfach mit der ganz normalen stinknormalen IF Funktion die wir ja in allen Ich glaube wir haben die in jeder Folge mindestens einmal drin gehabt Ähm Falls ihr wissen wollt wie die IF Folge äh IF Funktion funktioniert Ich glaube es ist sogar die erste Short Folge die ich gemacht habe Könnt ihr mal auf meinen Kanal rauf gucken und suchen ob ihr die findet Ähm Hier ist einfach eine IF Abfrage ob der Alkoholbestellwert bzw. Alkoholbestellneuwert größer als 0 ist Ist das nicht dann macht er es nicht Ist das dann geht er hier rein und dann können wir auch auf Minus drücken Ziemlich simpel gelöst war jetzt nichts aufwendiges So jetzt kommen wir zu dem Code der doch etwas kniffliger war Ich bin mir ziemlich sicher da seid würdet ihr auch drauf kommen Weil ihr ja doch viel besser zum größten Teil seid im Programmieren was ich immer so lese Aber Ich erkläre es euch Also Wir hatten Ich hatte folgendes Problem Ich kann ja den Wenn ich hier äh den Alkoholpreis ne mal den Bestellneuwert mal rechne wie ich es auch hier mache Dann Dann kann es ja sein dass ich wie ich hier auch hier warte ich kann es einmal in der Simulation zeigen Dann kann es sein dass ich kurz unter 1000 rauskomme Oder beziehungsweise es ist ja immer so dass ich so irgendwo Hier in den Bereichen so rauskomme 900 800 noch was oder was ne je nachdem wie teuer das ist Und dann haben wir das Problem Wenn der jetzt die Abfrage kommt ist der Geldbetrag noch kleiner als 1000 Dann ist das ja immer noch der Fall und wenn ich dann auf Plus drücke Würde er jetzt bei einem Kaufpreis von 97 Lasst mich eben grob überschlagen Würde er auf 1087 Gehen Und somit wäre das ja schon über den Geldbetrag Also müssen wir Das verrechnen dass wir Einen drauf haben und ob der dann drüber ist Also habe ich als erstes wenn der hier wenn wir auf Plus drücken Setzt er den automatisch erstmal ein hoch Dann macht er die Rechnung Ne Ob der Bestellneu mal der Alkoholpreis Kleiner ist als das aktuelle Geld Wenn das der Fall ist Dann macht er es nochmal um einen hoch Und am Ende zieht er das einfach um einen ab So Wenn jetzt der Wert tatsächlich über dem Geldwert ist Dann zieht er es hier einmal hoch Geht hier nicht rein Und zählt es hier einfach wieder runter Dementsprechend sind wir wieder in der Ausgangssituation wie wir es wollen Und wenn wir tatsächlich noch einmal das Alkohol Plus reinpasst Also noch einmal mal noch einen drauf Dann macht er auch tatsächlich nochmal einen drauf Fand ich recht klug Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben ob ihr auch darauf gekommen wärt Ich gehe ganz stark davon aus Und vielleicht habt ihr sogar noch eine viel clevere Lösung Ich würde sie jetzt allerdings glaube ich nicht mehr abändern Na man ist ja doch ein bisschen stolz drauf wenn man auf sowas gekommen ist Naja ich würde sagen Vielleicht sehen wir uns nächste Woche Im Short Video am Mittwoch Und falls wir uns nicht am Mittwoch sehen Bin ich mir ziemlich sicher dass wir uns Im Halloween Spezial Am 31.10. Hier auf dem Sonntag wiedersehen Um das ja die Da hatte ich hervor ein kleines Spiel Ich glaube ich habe es schon gesagt Es ist wirklich ein kleines Minigame Es soll viel gewinnt im Halloween Stil so ein bisschen werden Und da fangen wir wirklich quasi von Null an Und programmieren das in einer Folge bis zur Funktionstütigkeit durch Die Grafiken wie gesagt ich habe schon was vorbereitet Die Grafiken habe ich schon mal gemacht Zumindest glaube ich das Mal gucken ob uns noch einer einfällt wenn wir am Programmieren sind Aber ich glaube die Grafiken habe ich soweit fertig wie wir das brauchen Und dann müssen wir nur noch Code technisch und natürlich Ja doch wir müssen auch ein bisschen Hier im Raum da ein bisschen ran rumfuschen Also hier solche Sachen hier so reinziehen Und dann in den Code rein Und hier schreiben wie das so funktioniert Ich würde sagen wir sehen uns da Und ich wünsche euch eine schöne Woche Und dann sehen wir uns da